Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema Umsetzung von Literatur in filmische Werke an. Viel Spaß beim Video. Das Theater ist ein magischer Ort, an dem Geschichten lebendig werden und Emotionen auf eine Weise erlebt werden können, die in keinem anderen Medium möglich ist. Die Bühne bietet eine einzigartige Plattform für Dramen, auf der Schauspieler und Publikum in einer intensiven, oft greifbaren Interaktion stehen. Die Welt des Theaters ist voller Dynamik und die Dramen, die sich dort entfalten, sind Zeugnisse menschlicher Kreativität und emotionaler Tiefe. Dramen auf der Bühne sind mehr als nur gesprochene Worte. Sie sind eine Kombination aus Text, Performance, Regie, Bühnenbild, Licht und Kostümen, die zusammen ein umfassendes Kunstwerk schaffen. Jedes dieser Elemente spielt eine entscheidende Rolle, B, der Gestaltung der theatralischen Erfahrung. Das Manuskript bietet die Grundlage, doch erst durch die Interpretation der Schauspieler und die Vision des Regisseurs wird es wirklich zum Leben erweckt. Die Interaktion zwischen den Schauspielern und dem Publikum ist ein weiteres Element, das das Drama auf der Bühne so besonders macht. Diese unmittelbare Rückmeldung ist einzigartig für das Live-Theater. Schauspieler können die Energie des Publikums spüren und darauf reagieren, was jede Vorstellung einzigartig macht. Dieser Austausch kann eine Aufführung verstärken und vertiefen, indem er eine Atmosphäre schafft, die sowohl fesselnd als auch unvorhersehbar ist. Die emotionale Wirkung von Dramen auf der Bühne ist oft viel intensiver als in anderen Medien. Auf der Bühne gespielte Tragödien oder Dramen ermöglichen es dem Publikum, die Gefühle der Charaktere hautnah zu erleben. Die physische Präsenz der Schauspieler, die ihre Emotionen in Echtzeit ausdrücken, kann eine kathartische Wirkung haben, sowohl auf die Darsteller als auch auf die Zuschauer. Die Herausforderung für Dramatiker und Regisseure besteht darin, die Grenzen des Bühnenraums kreativ zu nutzen. Ein gutes Bühnenbild ist entscheidend, da es die Stimmung und den Ton des Stücks setzen kann, ohne ein Wort zu sprechen. Einfallsreiche Bühnenbilder können eine Geschichte in neue Sphären heben oder das Publikum tiefer in die Handlung eintauchen lassen, indem sie symbolische oder realistische Elemente kombinieren. Nicht zu vergessen ist die Rolle der Kostüme und des Lichts, die wesentlich zur visuellen Erzählung beitragen. Kostüme verleihen den Charakteren Glaubwürdigkeit und Tiefe, während das Licht Stimmungen verstärkt und die Aufmerksamkeit auf wichtige Momente lenkt. Diese Elemente sind entscheidend dafür, wie das Publikum die Geschichte wahrnimmt und interpretiert. Dramen auf der Bühne erlauben auch eine tiefere Auseinandersetzung mit komplexen Themen. Durch die Darstellung auf der Bühne können gesellschaftliche, politische oder persönliche Fragen auf eine Weise erkundet werden, die das Publikum zum Nachdenken anregt. Die direkte und oft intensive Darstellung dieser Themen kann Einsichten fördern und Diskussionen anregen, die weit über die Aufführung hinausgehen. Ein gutes Drama auf der Bühne zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Zeit zu überbrücken und universelle menschliche Erfahrungen anzusprechen. Klassische Werke von Dramatikern wie William Shakespeare oder Anton Tschechow bleiben deshalb zeitlos, weil sie tief verwurzelte menschliche Emotionen und Konflikte ansprechen, die auch heute noch relevant sind. Moderne Dramatiker haben diese Tradition fortgesetzt und gleichzeitig neue Techniken und Erzählformen entwickelt, um heutige Themen anzusprechen. Diese Werke erweitern die Definition dessen, was auf der Bühne möglich ist und eröffnen neue Perspektiven für das Theater als Raum für künstlerischen und sozialen Ausdruck. Abschließend lässt sich sagen, dass das Drama auf der Bühne eine kraftvolle Form der Kunst ist, die es ermöglicht, menschliche Geschichten auf eine tiefgreifende Weise zu erzählen. Es bietet eine Plattform für kreative Ausdrucksformen und für den Dialog zwischen den Kulturen und Generationen. In einer Zeit, in der digitale Medien dominieren, bewahrt das Theater seine besondere Stellung als Ort der persönlichen Begegnung und des gemeinschaftlichen Erlebens. In dieser interaktiven Umgebung, wo jede Vorstellung einzigartig ist, wird der wahre Zauber der Bühne offenbar. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema Umsetzung von Literatur. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema auch relevant fürs Abi. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt, das Theater, ist eine einzigartige Kunstform, die auf der lebendigen und direkten Interaktion zwischen den Darstellern und dem Publikum beruht. Diese Interaktion ist nicht nur eine Funktion der Aufführung. Sie ist ihr Herzschlag, der die Erfahrung sowohl für die Zuschauer als auch für die Künstler prägt. Im Gegensatz zu passiven Unterhaltungsmedien fordert das Theater sein Publikum heraus, Teil des Geschehens zu werden und schafft dadurch ein dynamisches und oft unvorhersehbares Erlebnis. Die Interaktion im Theater kann vielfältig sein. Sie reicht von der stillen, aber intensiven Kommunikation durch Blicke und die stille Reaktion des Publikums bis hin zu ausdrücklicher Partizipation, wo das Publikum direkt in das Bühnengeschehen eingreift. Diese Interaktionsformen haben sich entwickelt und sind von klassischen bis zu modernen Aufführungsstilen unterschiedlich integriert worden. Im traditionellen Theater wird die vierte Wand, die imaginäre Wand zwischen Darstellern und Publikum, oft aufrechterhalten, um die Illusion der Geschichte zu bewahren. Doch selbst hier ist das Publikum aktiv beteiligt, seine Reaktionen auf das Bühnengeschehen beeinflussen die Performance. Ein aufmerksames Publikum, das mitfiebert, lacht oder weint, kann die Energie einer Vorstellung steigern und die Darsteller zu Höchstleistungen anspornen. In interaktiven Theaterformen wie dem Improvisationstheater oder partizipativen Aufführungen wird die vierte Wand bewusst eingerissen. Hier wird das Publikum direkt in das Stück einbezogen, sei es durch direktes Ansprechen, durch Aufforderungen, Teil der Handlung zu werden oder sogar durch Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Diese Art von Theater bricht mit der traditionellen Passivität des Zuschauens und macht die Erfahrung zu einer individuellen und oft sehr persönlichen Angelegenheit. Eine weitere Ebene der Interaktion ergibt sich aus der räumlichen Anordnung des Theaters selbst. In einem klassischen Proscenium-Theater mit klar getrenntem Bühnen- und Zuschauerraum sind die Möglichkeiten zur Interaktion anders gelagert als in einem Arena-Theater, wo die Zuschauer rund um die Bühne platziert sind und die Darsteller oft aus nächster Nähe erleben können. Diese räumliche Nähe kann die Intensität der Erfahrung verstärken und das Gefühl vermitteln, nicht nur Zeuge, sondern Teil des Geschehens zu sein. Die Technologie hat neue Formen der Interaktion im Theaterbereich ermöglicht. Digitale Mittel wie Projektionen und interaktive Medien können das Publikum auf innovative Weise einbeziehen. Zum Beispiel können durch Abstimmungen mittels Smartphones oder anderen Geräten Entscheidungen getroffen werden, die den Ablauf der Vorstellung verändern. Solche Techniken erweitern nicht nur die Möglichkeiten der Bühnengestaltung, sondern auch die Arten, wie Zuschauer mit dem Stück interagieren können. Neben der direkten Interaktion spielt auch die kollektive Erfahrung eine wesentliche Rolle. Theater ist oft ein gemeinschaftliches Erlebnis, ein Austausch von Energie und Emotionen, der in der Gruppe stattfindet. Das Lachen, Weinen oder der gespannte Atem eines Publikums schaffen eine Atmosphäre, die die individuelle Reaktion verstärkt und eine tiefere kollektive Verbindung zur Aufführung fördert. In diesem Sinne agiert das Publikum als ein Körper, dessen Reaktionen die Aufführung begleiten und beeinflussen. Die Interaktion im Theater kann auch soziale und politische Dimensionen haben. Durch partizipative oder immersive Theaterformen, die gesellschaftliche Themen aufgreifen, werden Zuschauer oft herausgefordert, über ihre eigenen Ansichten und die der Gesellschaft nachzudenken. Solche Stücke können provozieren, aufklären und zur Diskussion anregen, sowohl innerhalb des Theatersaals als auch darüber hinaus. Abschließend ist die Interaktion mit dem Publikum im Theater nicht nur ein Mittel zur Unterhaltung, sondern auch ein Werkzeug der Reflexion und des sozialen Austauschs. Sie verwandelt passive Zuschauer in aktive Teilnehmer, die das künstlerische Erlebnis mitgestalten. In einer Zeit, in der digitale Medien dominieren, bietet das Theater eine unersetzlich direkte, persönliche und tiefmenschliche Art der Verbindung, die in anderen Medien oft verloren geht. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema Umsetzung von Literatur. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema relevant fürs Abi. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein. Und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.